In der neuesten Ausgabe des Gesprächsstoffs habe ich mich mit Danieli getroffen. So wie ein anderer sein Kaffee brauchte, hatte ich 17 Jahre lang meinen Schuss Heroin gebraucht. Und das ist jetzt nicht mehr so, aber es ist eine wertvolle Erfahrung. Und man schätzt, wenn das nicht mehr so ist. Er hat im Gespräch mit mir kein Blatt vor den Mund genommen und offen über seine Drogen-Sucht geredet mit mir. Wenn du wissen möchtest, wie es dazu kam, dass er heroinabhängig geworden ist und wie genau er mit Hilfe der Musik wieder wegkriegt, dann kannst du jetzt auf www.dreifach.ch das ganze Gespräch mit Danieli anhören. Radio Dreifach, Gesprächsstoff.